Du hast bereits unzählige Stunden auf deiner Xbox 360 gespielt und fragst dich, was du nun mit deinem Gamerscore anfangen sollst? Jetzt ist es an der Zeit, dass du für deine Mühe belohnt wirst. Wir schenken dir auf deinen gesammelten Gamerscore bis zu 150 Euro beim Kauf einer Xbox One. Je höher dein Gamerscore, desto höher der Rabatt. Es wird Zeit, endlich die besten Exklusivspiele des Jahres zu erleben. Halo 5 Guardians Rise of the Tomb Raider Forza Motorsport 6 und viele weitere Blockbuster. Mit der Abwärtskompatibilität kannst du deine Xbox 360 Spiele nun ebenfalls auf der Xbox One spielen. Solltest du bereits eine Xbox One haben? Kein Problem! Gib deinen Rabatt einfach an einen Freund weiter und erhalte kostenlos das Spiel Forza Horizon 2. Also schnell deinen Gamerscore eingeben und herausfinden, wie hoch dein Rabatt ist. Löse deinen Code ein und hol dir deine vergünstigte Xbox One jetzt bei Amazon oder im Microsoft Store. Hier kannst du zwischen allen verfügbaren Xbox-Konsolen auswählen. Mach deinen Gamerscore zu Geld, wechsle jetzt zu Xbox One und erlebe das beste Spiele-Lineup in der Geschichte der Xbox. Schleifung mit der Rolle ließ, schlägsle jetzt zu kommen. Also peut es dich für dich für die Scheren Brüßel über die Scheren Brüßel überschasm.